hallo kurzer tipp für alle die lazarus benutzen und eine komische meldung von wegen league view bekommender wäre ein defektes paket wäre nicht richtig installiert und es wäre ziemlich dummes nähe ein dummi paket wird installiert gut habe ich mittlerweile work around it gibt entsprechende forumbeiträge schon dazu ich habe in seite lazarus in der version 1.0.10 und free pascal source alles da und in der lazarus source ist auch liquid drin alles prima jetzt kommt der liquidator so bei mir ist der fehler schon nicht mehr seht ihr und der workaround war ganz einfach wert zeuge kompiliere lazarus mit profil normale idee und dann ist der liquid error weg kompiliere lazarus noch mal neu dauert moment neu starten fertig ich hoffe ihr mitgehoben zu haben vor allem mit freundlichen grüßen und tschüss